Hastaprasarana Sukhasana ist der Schneidersitz mit gespreizten Armen. Sitze in Sukhasana, den Schneidersitz, und gib die Arme zur Seite. Du kannst aber auch die Hände in Chinmutra geben. Öffne die Handflächen nach oben zum Himmel und fühle dich offen für die Segenskraft, die Lichtkraft des Himmels und des Göttlichen. Eine schöne Haltung zum Beispiel am Anfang der Meditation oder auch wenn du in der Meditation in tiefe Freude und Wonne kommst, willst du vielleicht auch diese Haltung einnehmen, einfach als Dankbarkeit und als Zeichen des Genießens.